Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen weiter mit dem nächsten Deck. Heute machen wir am Druiden Deck weiter. Ihr seht schon, obwohl wir den guten Kane bekommen haben, habe ich an dem Deck eigentlich grundsätzlich nichts zu ändern. Ich habe es mir noch überlegt, habe es mir vorher mal angeschaut, was man noch ablehnen kann. Ach, ich habe meinen Druiden Deck. Oh shit, ich habe meinen Schamanen Deck. Ah, okay, dann spielen wir heute Schamanen. Ist auch okay. Ähm, ja, ich bin heute echt unkonzentriert. Das mag ich echt gerade. So, den können wir gleich rausspielen. Ich hätte eine Waffe, hätte ich weglassen können. Naja. Und jetzt haben wir hier schon mal Ruhe. Er point. Und wir spüren Rotem. Und dem kann es eigentlich leben. Und jetzt können wir schon mal 6 Schaden direkt holen. Das war's. So. Und er braucht noch eine Antwort. Ich spüren nochmal und alles mit dem Tanktotem. Ja, gut, dann können wir 3 Schaden machen. Damit kann ich auch leben. Ähm, die Todesröcheln macht 4 Schaden jetzt am Anfang. Das spielen müssen wir sehen. Einmal auf innen. Einmal auf innen. Und fertig ist die Schose. Meine Augen sind offen. Gut. Dann beginnen wir auch. Hab ich... Ich hab ein Kähn... Achso, ich zeig ja auch. Das kannst du dir gerne. Moment, ich stelle es mal um. Das hier ist unser... Voraus. Die Elemente werden euch vernichten. Ähm, ich schalte es mal kurz rum. Ich frage mich, ob... Auf das neue 3... Bärdeck. Ähm, spielen wir hier mal kurz unsere Runde. Das heißt... Der geht da drauf. Den 3er nehmen wir weg. Elemente, zeig mir den Weg. Und wir spielen insgesamt hier mal... So, den Schaden drauf. Wir sagen hier fertig. Dann können wir jetzt... Die Anzeige hier ein bisschen bearbeiten. Einmal so einpassen. Das Dingo! Größer. Ja. Und passt drauf. So. Er spielt einen Tank. Gut. Das ist der Moment kaputt für ihn. Wir spielen einen Sohn. Wir nehmen mal den Heiltruten weg. Und dann immer so ein bisschen... Wir spielen ihn. Und dann den... Wurz für ihn. Nett. Ähm. So, er spielt nebenher. Und dann können wir anfangen zu zählen. Wir haben hier... ...6 Schaden. Und hier haben wir nochmal genug Schaden. Das heißt, wir können die Runde schön beenden. Und hier haben wir noch einen Koffer. Und hier haben wir noch mal geordnet. Und hier haben wir noch etwas schönes. Für ihn. Na? Mhm. Wir spielen den Schaden, wir fahren. Wir spielen den Schaden. So, also, obwohl das erste Spiel heute war, und ihr seht, ich bin noch komplett verplant. Äh, ja, haben wir das ganze so schön geschaffen, haben unsere Siegestreine weiter fortgesetzt. Ja, und jetzt werde ich mal wechseln auf das nächste Deck. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Und natürlich sollte ich auch das hier wegmachen. Es geht heute Morgen echt noch nicht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Abonniert mich, liked mich, oder wenn es komplett katastrophal war, flamt mich in den Comments, was ihr machen möchtet. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.